Das ist ja schon ganz schön lange her, dass ich das wieder mal gespielt habe Bevor wir da reingehen, muss ich was trinken Einmal schnell das Schwert aufladen Das ist egal, man kann nochmal einen sich vernichten Bäm, noch runtergespielt Ich hoffe, das schmeckt Oh, er hat die vor, töten, kann gar nicht mehr So, wer ist jetzt dran? Oh, hier, Blitz Der hier, der ist blind Er wird euch hören können, wenn ihr euch auf dem Boden bewegt Auch wenn ihr nur hier rumspringt, so wie jetzt Er wird euch nicht treffen, singen können So, jetzt liegt er am Boden Zum Glück können wir jetzt den Arm benutzen Und ein paar Kicks geben Und noch einmal Und, ah, es geht nicht Ah, Mist, ich habe es nicht mehr geschafft Bloß nicht treffen müssen Gerne noch einen Schuss Nein Konnte nicht vorher krepieren Also, wenn ihr es schafft, ihn dreimal zu packen Wären denn Wären die Halt Ihn Ja, was soll man sagen, gelöscht hat Ihr verdammten Viecher Ja, wenn ihr es schafft, dreimal Blitz zu packen Dann hat er nur noch Ein, würde man sagen, eine Energie Und das heißt, dann könnt ihr ihn mit einem, mit einem kleinen Schuss hier vernichten So Ein Schuss Jetzt, okay, unser erster Boss Boah, habe ich wieder losgemessen Bleckchen Spring doch Ach, herrje Man sieht doch, dass die jetzt viel mehr abziehen Ich kacke irgendwie ab Ja, Kollege, das wird dann ganz feig Keine Ich kenne W machbar Ich kenne W Surf Ich kenne W instit Rumpel Mit dem A-Rang vernichtet das gut Deftige Energie bekommen 30 Sekunden extra Ja, man sieht schon, wir haben 10.000 Offs gesammelt Und stolze sehen kriegen wir dann am Ende Oder wenn wir schon vorher vernichtet werden Ja, komm, ey, dich schmeiß ich nicht in den Eck Nein, Jungs, nicht mich nerv'n, ich will den essen Weg mit dir Okay Nero, tu mir das nicht an Und du auch weg Oh, Mann, Mann Man sieht, oder besser, man hört, ich werde immer leiser Okay, hier bloß nicht zu weit nach vorn gehen Lasst ihn zu euch kommen Weil so werden die anderen nicht aktiviert Und ihr könnt Komm her Verwandelt euch und packt ihn die ganze Zeit 1, 2, 3 1, 2, 3 Ach, hör doch bitte auf Wie kümmere ich mich um euch so lange Ops, das wollte ich nicht, das wollte In Exit benutzen Das lassen wir nicht zu Massig knete 17,5 27,5 Sekunden nur für einen Gegner Blitz, oder? Ne, ist eingefroren Spamt einfach diese Attacke rein, wenn ihr im Exit immer aufräumen könnt Schleudert die hin und her Schleudert die hin und her Weg mit ihr Weg mit ihr Ups, falsche Richte Wo kommst du? Ja Oh, ja Uiuiui, die werden ja immer komplizierter Wow Komm her Drei Schuss auf einen Und den kann man wieder nutzen Auch einen Und noch einmal Und noch einmal Und noch einmal, weil wir angeschossen wurden Du Oh, jeder ist zurecht Na, 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 nicht schießen Oh, die Jünger sollen ein bisschen Energie Sterb doch endlich Nächster Du kommst hier Oh, blitz Oh, blitz Den hab ich nicht erwartet Den hab ich nicht erwartet Bloß die hier schnell vernichten Nein, ich blitz anschießen Ach, ah ja Der blind ist Kann auch von Nutzen sein Der halt die angreift Komm her Und noch einmal Und noch einmal Und immer diese kleinen Blitze im Devil Trigger Modus Ja, diese kleinen Kling im Devil Trigger Modus benutzen So, jetzt können wir ihn mit einem Schuss erledigen Der nur einen Lebenspunkt hat Also drauf was Dadurch steigt unser Rang immens Habt ihr gesehen? Triple S und maximiert Oh, sehr schön voll Da kommt schon echt auf einen der Hunde Blitz Ach, dann find ich ihn erstmal nicht mal Wow Nein, nicht Oh, da muss ich extra in den rein Nein, verdammt Was hast du getan? So, jetzt sucht er uns bestimmt Und hat uns auch gefunden Komm mal, ey Ah, ich glaub er verwandelt sich nicht Ja Oh oh, das gefällt mir ganz und gar nicht Oh, noch geschafft Hm Nächster Das bleibt Arbeiten die jetzt zusammen? Nächster Das bleibt Sterbe endlich Das sieht doch gut für uns aus wie es sein Das sieht doch gut für uns aus wie es sein Regenerieren tun wir hier nicht Wenn ich es nicht darf, dann ist es auch nicht Da oben versteckt sich noch nicht Oh, 40 Sekunden mit Bono, äh einschließlich Bonus Wow Nein, das war nicht so Ach so, wenn man auf die Schwert achtet, wenn sie in diesem Modus sind, wo sie sich hier aufladen für den Angriff Dann sind sie extrem empfindlich von den Angriffen, wenn sie sofort vernichtet werden Was ist ohnehin Wenn sie nicht mehr auf die Schwertig in den Angriffen, wenn sie nicht verraten und nicht mehr zu stellen, wenn sie dort halten können, weil sie nicht verraten wird. Es ist nicht so, wenn sie nicht mehr auf die Schwertig sind, wo sie sich dann auf die Schwertig ist.